Hallo Leute willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal bei wir spielen GTA und diesmal ist es mal wieder als erstes da wo wir letztes mal so Oh man Hoffentlich wird es diesmal besser ja gut dann gehe ich jetzt auf off okay denn das ist ein großer abhack tschüss aber ich komme morgen vielleicht wieder okay ja Leute wir spielen wie jetzt diese Runde dann wird es heute nur ein kurzes Video aber das ist ja eigentlich egal Wie schon gesagt, die Aufnahme wurde zu früh abgebrochen, also beendet und ja, deswegen. Aber dieses Video wird gerade direkt im Anschluss aufgenommen, also von dem anderen Video, deswegen. Ansonsten Leute, wie geht es euch, seid ihr gut drauf? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch Bock drauf habt, also ich könnte euch noch FIFA-Videos zeigen, GTA halt, Rainbow und noch Gran Turismo. Schreibt mir in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Und natürlich den Like nicht vergessen. Oh, ne, einer von uns hat die Bombe. Oh, Mann. Ja, den aber was ich weggebe. Boom, Salda. Den auch. Oha. 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 Hab ich mich gerade erschaffen. Ich hoffe, ihr freut euch, dass jetzt wieder Videos kommen, auch auf der Playstation. Mal endlich. Nach langer, langer Zeit. Könnt mir auch mal schreiben, dass ihr gerne Livestreams sehen wollt. Was für Videos. Oder was wir Livestreamer spielen sollen. Wir können natürlich auch gerne mitspielen. Und wenn euch diese Videos hier gefallen könnt, ihr das auch gerne mal mit ein Like zeigen. Würde mich auch sehr freuen. Und natürlich ein Abo nicht vergessen. Falls ihr mal seid. Auf jeden Fall. Sieht das sehr gut für uns aus. Oh fuck. Da ist der nächste raus. Wieso sind wir fünf? Von sieben. Oh. Und zwar erfüllen. Beide. Teams gleich auf. Ja nicht. Die Bombe ist gut. Oh. Warte ich. Geleia. Ja moin. Den hab ich gar nicht gesehen. Hey. Wuuu. 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 Jetzt descend hier all den Innbläfen, Ihre Tauschen versichert. awhile. Die drei bis zur Arena. ... ... ... ... ... ... Ich frage, er zieht auf mich. So, wegjumpen. Nein, 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 geh weg, geh weg. Das ist der scheiß Typ mit der Pumpe. Aber wie explodiert ich jetzt dafür, dass er nicht abgibt? Explosion. Oh mein Gott. Das kann man nicht so gut finden. Oh nein. Verpasst dich doch da mit deinem Motor... Nein. Nein. Wegjumpen. Ich hoffe auch euch gefällt das Intro. Beziehungsweise das Intro und das Auto. Das kann man nicht so gut finden. Vielleicht kommen auch bald Videos mit Real Jonas TV. wenn ihr wollt, könnt ihr da ja auch mal gerne vorbei gucken und ihm ein Abo da lassen, wenn ihr das drauf habt. Oh mein Gott, einer der Kürmer. Der Lila hat die Wunde. Ja man, haben gewonnen. Gucken, wie viel der LFA bekommen. Oh, 14.480. So Leute, das soll es dann auch mit dem Video gewesen sein. Lasst es, zeigt mir, dass euch das Video gefallen hat. Mit einem Like zum Beispiel. Und das war's. Ciao, bis zum nächsten Video. Euer KVP. jumps bis zum nächsten Mal.